Warte kurz. So, ne, ich warte nicht kurz. Das ist ja ganz schön, ein paar Minuten kurz. Wir haben uns wieder gesammelt und dann schauen wir jetzt Jampus beim sterben zu. Mhm. Wo ist denn da? Operation menschliches Schutzschild. Brennnesser. So. So, jetzt müssen wir vorsichtig in Richtung der Kisten gehen. Ja, ich war da hinten halt noch gar nicht, also ich weiß nicht, was mich erwartet. Zwei mittlere Sprinten. Ja gut, die haben mich ja auch schon mal gesnackt, als ich da runtergefallen bin. Guck mal, hier ist Kupfer. Hä, sind sie weg? Dann nehmt mal euer Zeug. Das ist meins, okay. Oh, ich hab nicht genug Platz dafür. Ja, soll ich den Rest nehmen? Ja, wenn du Platz hast, ja. Ja. Die spinnen sich ja alle verpisst jetzt. Die sind scheinbar wieder an ihrem Ursprungsort gespawnt. Oh. Das ist sicherlich weg, hier, gell? Das ist sicherlich weg, hier, gell? Ja, bei mir müsste auch noch kurz die Kabel typen gehen. Oder was? Hat die? Ich geh schon davon aus. Hat sie schon erledigt. Gut. Dann holen wir noch das Zeug da raus. So. Ich kann natürlich nix davon bauen jetzt hier. Was denn? Was brauchst du? Ja, Stromleitung. Ah, Water hat dabei. Ja. Ja, ja. Ich hab da drei Sekunden. Die müssten ein bisschen mal verteilen an der Biomasse helfen. Ich hab nicht viel Zeug da. Ich mach die drei hier hinten. Achso. Musst du kommen? Gut. Ich hab noch Bier und was sind für einen? Ja. Nö, alles andere. Ne, einer weit nicht. Okay, jetzt müsste eigentlich alles bleiben. Ja, ist nicht angeschlossen, ja. Welcher ist nicht angeschlossen? Ja, der Container. Ja, noch nicht. Okay, laufen alle? Ja. Und jetzt? Jetzt sind. Und, hast du? Ja. Gut. Wir werden alles zerlegen. Dann sind wir anwunderbar. Jetzt. Jetzt geht's schnell. Einfach strong gedrückt und einmal durchziehen. Ah, ich, das hier kann ich nicht mehr mitnehmen, wenn es da liegt. Ja, ich, ja. Ja, der Platz hat. Nimmst du mit? Die Biomasse kann ich zum Beispiel nicht mehr aufnehmen. Ja, ich, die beiden kann ich. Hier ist noch Draht und Biomasse und sowas. Mhm. Ich lauf durch, ich hab ein bisschen was. Noch mal Platz. Ja, die Biomasse kann ich nicht mitnehmen so weit. Ich mein, äh, kannst ja schnell umcraften und solid-buy. Danke. Na ja, ansonsten kannst du es auch schreddern, sag ich mal. Oder, Gras und Biomasse brauchst du jetzt nicht unbedingt mit schnippen. Nee, nee, Gras ist weg. Passt. Ich hab, ich hab alles, ich glaub ich alles Wichtiges dafür. Okay. Ihr habt unten übrigens einen Mülleimerknopf, ne? Ja, 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 ja. Dann kannst du auch vernichten. So, gehen wir jetzt in Richtung Schneggis oder verschößen wir uns von hier? Also, wir sind alle ziemlich voll, oder? Ja. Also, ran voll. So, da wollen wir noch strengen. Hier muss er. Genau weg. Dann würde ich fast sagen, wir können ja, ähm, links, also hier links lang gehen und da und hinten müssten wir, glaub ich, wieder runterkommen. Okay. Weil da unten könnten auch noch Brax und Schneggis sein. Können wir mal mitnehmen. Strahlen ausländen. Uiuiui. Also, das wird wohl nix. Warte. Was ist dahinter? Was ist dahinter? Warte, ich kann den Fels weg machen. Gib mal weg. Ja, ja, ja. Ich hab sechs von den Explosives gefunden. Oh. Ist das Johan? Mhm. Mhm. Aber es kann sein, dass da Spinnis drin sind. Ja. Nee, das ist nur so ein komischer Durchgang. Okay, aber da kommen wir nicht durch. Da sterben wir auf dem Weg durch. Ja, okay. Also, nur ran vorbei, huschen und fertig. Husch, husch. Da ist noch, oh, da ist noch Schnecki. Hm? Oh, da oben. Oh, da sind aber auch Spinnis. Da sind aber auch Spinnis. Uh. Soll ich mal mit meinem Explosives versuchen? Oder wollen wir es lassen? Äh. Versuchen. Das sind drei. Nee, lass mal. Okay. Ich glaub. Ich hab eine lilane Schnecke, ne? Wär schon schön, ne? Boah. Das wär schon... Tötet eine Explosive eine? Ich glaube nicht. Könntest du ausprobieren. Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Alter, ist das euer Mensch. Vier. 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 Rennen. Weg, 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 weg. Lauft. Ja, ja, ja. Alles gut. Sie kommen nicht hinterher. Alles gut. Okay. Die kommen hinterher. Ja. Oh. Das lassen wir sein, dann... Nee. Ich seh sie nicht. Nee, sie stehen da alle auf der Leiche von anderen. Oder nicht Leiche. Sondern die andere haben angeschossen. Sie stehen jetzt grad. Jetzt gehen sie jetzt zurück. Ja, das machen wir besser nicht. Nee. Weil... Sie kommen noch nicht mal durch die Radioaktivität durch. Also von daher hat's glaub ich keinen Sinn. Äh. Ja. Da oben könnte noch ne Schneggie sein. Da ist auf jeden Fall ein Nest. Hier so ein hässliches Ding. Hä? Äh. Äh. Bienennest. Ja. Da oben links. Lass das mal weg holen. Siehst du das? Nee. Ich seh nicht mal dich. Ich bin hier beim Wasserfall quasi. Ich weiß auch nicht. Da hinten seid ihr. Achso. Da stehst du. Ja. Rechts könnte auch was sein. Siehst du das links? Ja, 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 ja. Dann auch... Ah, da oben ist auch noch was. Okay. Äh. Lass mal höher gehen. Irgendwo. Kommen wir auch da. Da hoch kommen wir. Ja, in die Richtung wäre auch Schneggie. Gut. Machen wir mal weiter. So. Mh. Da ist ein Ab... Ja. Äh. Äh. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Dann aber zuerst das Biennest und... Ja. Drei. Zwei. Warte mal. Halt. Halt. Ich weg. Wir haben beide nicht getroffen. Wir haben alle drei nicht getroffen. Oh, einer hat getroffen. Ich war das gewollt. Okay. Zufall. Ich war ja deutlich nervös. Anders wieder. Dahinten. Gut. Er war voll zu überlegen. Mhm. Aua. Wow. Spuggi. Ja. Auf den Stein zu schießen. Pisschen. Ja, also zwei Tieren drüber halten. Ja. Mhm. Ich glaube, das klingt zu kurz. Ja, der ist tot. Der hat sie hingelegt. Schlafen gegangen ist der. Hm. Da hinten ist noch ein Lass. Das müssen wir uns auch noch holen. Was ist hier unten? Ist da unten ist da nix, oder? Der ist tot. Warte, da sind noch Bienen. Achso, ich hab keinen Zipper dabei, okay. Ja. Bei den Bienen bringst du eh selber auf, oder? Wenn die nicht anbleiben. Nee. Äh. Wir machen halt auch ein bisschen Schaden. Da ist noch etwas drauf. Nest, Nest, Nest. Ja. Korra. Seid ihr da? Ja. Fast. Ja. Eins. Zwei. Zwei. Ein. Was? Das geht ja einfach anders. Was soll das denn mit der Worte, ey? Ach, man kann da runterspringen. Ich bin gerade im Wasserfall. Äh. Nicht genug Platz. Was? Ich hab auch nicht genug Platz. Was hab ich denn am Müll? Ich hab keinen Sinn. Wo ist das hier? Okay. Ah, hier runter? Ne? Das wär ja nicht so schlecht. Äh. Ist das denn tief genug, das Wasser? Ne? Wär klatsch runter? Doch, könnte. Ich weiß doch nicht, ob ich's ausprobieren soll. Ein Wasserfall? Ja. Und wenn? Ähm. Ja. 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 Alles gut. Aber wo kommen wir da an, ist die Frage? Unten? Ist doch wursch. Ja, wir müssen dann nur links, dann kommen wir da hin zum großen Wasserflug. Ja, weil jetzt sind wir ja wirklich tief, oder? Was? Wir zünden mal auf unterebene. Ja. Ja, ja, ja. Weil tiefer wird's jetzt nicht durch. Aber das da hinten ist nicht begehbar, oder? Was? Das, was man da... Ganz hin aussieht? Ja. Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist Jampus? Ist auch da, okay. Ja, aber das probiert auch. Ach, da sind wir, okay. Jetzt versteh ich's ja. Ach so, ja. Auf der Mac gucken wir auch mal gut. Ja, dann können wir ja hier eh weiter lang gehen, ne? Mhm. Ja. Ja. Ich hol... Was? Ja, da hinten. Wir können die Schnecken vielleicht stecken übrigens, gell? Ja. Ja, ich hab eine. Oh, hier. Guck mal. Ich hab auch eine. Wer hat blau? Hab ich auch. Drei Stück. Dann partiert alles. Ich hab lila, gelb und blau. Also... Da ist... Da ist ein Nest. Da müssen wir hoffenweise ein Nest dabei machen, ja. Aber das ist es mir wert. Mhm. Zuerst das untere. Ja. Hätte ich auch gesagt. Ähm... Müsste passen. Habt ihr ein Visier? Ja. Drei. Zwei. Eins. Feuer. Auch nix im Visier. So. Okay. Das oben, oder? Mhm. Drei. Zwei. Eins. Feuer. Zu tief. Ja, das war's. Ja, das war's. Pas. Ja, das ist toll. Da ist noch eins, ne. Vergesst das, ne. Da hinten, ja. Hier ist noch eins. Oh, oh. Ach, du kannst ja. Da sind sie alle unterwegs. Ja, gut. Wenn wir es auf drei aufteilen, dann ist es halt nicht ganz so. Ja, gerne Schnecke. So. Schnecke, wie sicher. Sehr schön. Da ist noch Schwefel. Da hinten wär noch ne blaue Schnecke. Ja. Wo in der Höhle? Ja, in der Höhle. Aber da sind auch noch mehr... Nee, nee, nee. Wir gehen jetzt außenrum und sammeln ein, fertig. Okay. Uh. Das war gut. Ja, mit besser Ausrüstung kommt man später auch besser rein. Ja, ja. Citrine. Klar. Hä? Ja, gut. Ich kann's nicht mehr mitnehmen. Ich hab jetzt also was war ja. Das kann ich. Ich hab auch noch. Ich hab auch noch. Ich hab auch noch das Gefühl. Oh. Oh. Ein Wrack. Und ein Wrack. Und ein Wrack. Steckst du da? Steckst du da rum. Hallo. Schnellig. Ja, nicht so krödelig halt. Krödel Ellie. Bitte? Ja. Und ein Wrack ist da vorne auch. Ja. Und ein großes Vieh und ein Nest. Großes Vieh kriegen wir weg. warte mal, ich snack erstmal oh ja, gut, warte nicht ich kann mich nicht erfassen, ich bin noch zu weit weg ich wollte sagen, der war halt gar nicht jetzt kommt er pirouette ihr seid zu nahe, das nest oh, nest gar nicht gesehen habt ihr nicht verstanden, weil das nest explodiert ist wow, nest motor motor so ist schon auch noch gestell modularer rahmen ja, kann ich nicht ich bin voll, hab Platz habe diese hast du schon, okay frag schon mal, zwei festplatten ist der schön ich hab auch eine ich hab auch eine es halt sich schon aus, glaub ich die Tür stell dir mal vor wir hätten noch Fahrzeuge, wo wir Sachen reinpacken könnten oder? ja, so ein Jeep wäre schon ganz nice ja also ich ja, da oben ist vielleicht was, aber ja, da können wir später irgendwann mal ja ja wir sind eh fast voll wir killen nur noch das, was auf dem Weg ist erwischt sie haben die mhm hey, Waterhallo der muss ich selber werden lernen wenn der es nicht schafft was ist das oben auf dem Felsen äh da, der die Spitze ja, ist irgendwas links ist ein AIN-Artefakt aber da sind auch Nester ja gut, das ist ja unteres Nest erstmal warte mal, ich muss erstmal ausrüsten ja ich stehe hinter euch ich bin Wasser 3 2 1 Feuer schön da oben waren auch noch Nester die müssen wir auch noch weg machen bevor wir das ja gut da ist noch eins ja da stehst drin ja, da warte ich jetzt nicht das, das brauchen wir jetzt aber nö, das brauchen wir jetzt persönlich ganz alleine 0-0 Fisch genau sie haben hier 0-0 Fisch kann ich für sie tun sieger sie haben sie sieger du willst deine Sojasauce nur geschüttelt nicht gewünscht ja oh, da sind noch irgendwelche Fäkalien ja Fäkalien also Fäkalien naja, es riecht ziemlich ähnlich da hinten ist auch noch ein Schneggie wo? ja, jetzt guck ich erstmal, dass es gelbe kriegt ja hier sind doch bestimmt Viecher das kannst du wohl nanein erzählen ja, du kannst davon ausgehen bei gelb so so, aber dann brauchen wir hier mal ein Gerüst nach oben hm da oben ist so ein Wrack glaube ich kann das sein auch noch ja kann, kann irgendwie mal die Dinger bauen noch hier oben? ja, ich seh auch irgendwas ne es ist kein Fall ja, aber schlossen äh, Sekunde wir wohnen wo am besten hier vielleicht ups riecht genug ich hab nicht genug zu merken äh, Zement kann ich dir geben warte, warte, warte ja, Sekunde wir müssen erstmal die Viecher weg machen zack ich bin dran äh, ich hab ein Problem mein Munitionsmüll ist an jetzt kann ich weg da ja, schon mit einsammeln Leute ich hab schon ja, hab schon ich auch so, zum Moment Zement, warte kann ich dir geben Zement, Zement super guck mal weil ich da mitkomme ne nein nein ganz ihr könnt euch so drücken die Beine äh äh die Verloggung war war schon da so ist es nicht das Station durchführen sagst du ja so so ok und da unten war noch ne blaue die hab ich aus der Ferne gesehen mhm die war irgendwo da hinten drinnen hm da da wär auch eine oben drauf aber die ist jetzt mal uninteressant zack zack ach, glaub nicht weg mein Gott ah, ist wurscht die da hinten brauchen wir nicht au oh 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 wow was macht ihr ich falten sonst seid ihr oben au ich weiß nicht wo ihr gerade alle rumrennt ich bin unten ich bin noch ich bin noch oben und äh ohne warte ja wieder runterklettern warte ich war aber kurzes Ding aufwarten ja 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 da hinten ist noch eine gleiche vor uns hm ah da blue blue snaggy da hinten ist auch ein alien artefakt ja 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 das kann ich nehmen sie habe ich eh schon im lager das hier brauche ich dann eh cmp für für die stützen für die stützen ach so ja ich hole mir das alien artefakt in der Zeit aber ich glaube wir waren auch so haben sie alle das ist schön sei es da was machst du sterben niesen tue ich ja leider also niesen oh pure ja pure kann man sich puren ja das ist nett man sieht ja immerhin schon unseren lift wir sind also auch nicht weit weg guck mal hier vor uns oben wir sind nicht weit weg äh äh misfi du bist still hier bist du wie ja ja ich fahrrad am markieren äh ja äh ja von der seite würdert nix ok hast du noch platz dass du die aufnehmen kannst ja ich hab jetzt wieder platz hab ausreichend äh aufsteigen verschossen ok öff öff oh ach ah ne hab ich nicht weil ich wieder Blätter aufgesammelt hab ja schon müssen wir schnell ja so wie auf die kurzen herren kann ich für mich auch noch scheißen auf die kurzen herren so hallo bäumchen hervorstehen dann können wir den Wald wegspringen du willst ddr wenn wir die Hähnchen erforscht haben können wir das Wäldchen wegtrumpen dann sieht man besser Brandrodo war ich schon immer ein großer Fan von dann spielst ja wächst er hier nach das war ziemlich schnell da ist noch ein Nest ja also ich steuer jetzt mal direkt zu hause an ja da hinten ist noch ein Wrack ich weiß nicht ob ich das schon geluffet hatte ja ja gut dann kommt mal da halt noch vorbei ach zu viel dazu ne achso der boah der schwimmt da rüber ne das tut mir nicht an ne ich laufe das ist auch nämlich böse ich laufe rüber auf der Ebene sind wir unterwegs ach wer sind ich dachte ich dachte ein bisschen bunten bei dem Wasser fällt nicht irgendwie ne ne wir sind nah an der base sag ich mal ja ist voll gut das heißt das Kupferl rein ist gar nicht soo so weit her geholt ne ja kürzer als ne oder die gleiche Strecke ungefähr wie das äh Kohle glaube ich na gut das ist jetzt auf unserer Prio Liste noch nicht da haben wir ja noch nicht so viel um ausgebaut ne ja auf jeden fall haben wir jetzt ordentlich Schneggis das ist gut das ist hier ah ja da das Kupferl kann er ja damit nach hause fahren ne Kupferl sei schon Kohle so ok das ist cool das ist sehr cool ne da können wir eigentlich noch näher dran wenn das ist die Kohle ne ist gelogen aber ist ich soll weg zumindest ja ich hätte mir aber gedacht für das Einschmelzgebäude jetzt nochmal ein neues Gebäude hinzuschauen zu stellen weil damit uns die Produktion jetzt erstmal erhalten bleibt mhm weil sonst das ist nicht genauso das ist klar ja sonst haben wir da nachher Probleme mhm das ist bei mir zumindest auch eine Türen ein ja das das freut mich ja Wahnsinn muss aber wann auch mal nicht ne also eigentlich ist es ja eh mal so bitte was du kriegst nicht Betonstall nach in der Kopf das ist ja wichtig auf die Distanz ich glaub theoretisch wäre eigentlich auch zu kniehen aha aha so 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 So, Forschungstisch, das hier, Schnecken, erstmal das hier. Ich habe, glaube ich, nichts, was ich mitbringen kann, was ich immer nicht habe. Ich habe ein paar Festplatten, aber mach mal kurz. Ich brauche Autoren und Kabel. Okay. Autoren und Kabel. Autoren. Haben wir jetzt Kabel gar nicht, oder? Ich habe mal, ich... Nee, ich meine, musstet ihr euch die craften, oder? Ja. Die Kupferproduktion haben wir noch gar nicht wirklich gemacht. Das ist blöd. Ja, gut. Jetzt kennen wir nämlich so Sam. Was ist Sam? Sam ist ein Spezialerz. Ah, okay. Ich glaube, wir können durch, was wir alles haben. Katerium haben wir auch nicht. Biermasse. Ah, da können wir. Wir können anfangen. Nee. Ach, scheiße. Gott sei. Erzählt nichts. Nein, nein, nein. Ich bin gerade dabei, die Sachen dafür zusammenzuholen. Ja. Dann nehme ich das sofort in Angriff. Ähm, vielleicht bin ich jetzt verloren, aber diese... Die Kristalle in Boxform, was ist das? Was? Kristalle werden in so einer Kiste da unterwechselt. Ach so, das ist auch so eine Quarz-Sache, wieso? Hm, Crafting. Okay, dann mache ich das gerade mal. Ich weiß nicht, ob wir die schon craften können. Ja, da stehen die. Kann ich nur craften. Ach so. Ähm, weil dann mache ich das gerade mal. Dann haben wir das nämlich auch mal. Ich schiebe mal kurz den ganzen Baustball in die Kiste hier. Wir haben eine Betonkiste übrigens, gell? Müssten wir nicht. Okay. Gut zu wissen. Okay. Gut gebaut, oder? Hm, weiß er nicht. Ja, aber dann kümmere ich mich da gerade mal um den Quarz-Sache. Ach so, ich mache das mit der Elektro-Schnecke, er mache das ruhig mit dem Quarz-Ampi. Ja. Quarz-Ampi. Quarz-Ampi, ja. Ah, ne, 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 blau-Schnecke, die gebe ich dir noch. Denk hinter dir. Ja, nehme ich mir gleich. Ähm, Petsch-Raving-Lanes, die behindert, oder make-his-Raving-Lanes. Gehen da gerade mal rein. So. Alles voll hier. Ja. Das ist schlecht. Äh, äh, äh. Für die brauchen wir Rahmen und 100 Kretschlein. Research completed. Yellow Power Slugs are further into their life cycle than blue Power Slugs, and thus have more potential energy stored. They can now be processed into Power Shards. Ja, Baren. Im Schmelzhaus. Ach du weißt hier denn? Ja, ok. Also ich weiß nicht, was ist Schmelzhaus? Ja, oben, die Fabrik. Die Fabrik. Wir haben das hier im zweiten Gebäude. Ja. Ich muss mich kurz abwarten. Ja wahrscheinlich, oder? Nee, da sitzt sie nicht. Ich weiß nicht, dass sie nicht müde. Genau. So, kurz abwarten, komm. Die mycelialen Netzwerke dieser Fungi haben ungewöhnlich resilient Hyphae, die die Potenzial für eine starken, aber leitwertige Naturfabrik zu machen. Außerdem hat sie ähnliche Mediziner- und Pest-Kontroll-Applikationen wie mycelia auf der Erde. Research completed. Fabrik Recipe unlocked. New mycelia research available. Ach, in mir drin. Oh je. Äh... Jo, Wortwahl. Wow, wirklich. Ach, alle Schäßlich seid ihr ganz schrecklich. Und das ist unverschämt hier. Das ist richtig unverschämt. Naja, gut, wenn du aber sowas sagst, ne, also... Ich weiß noch ganz genau, was ich meine. Fühle ich mich schon peinlich berührt, ehrlich gesagt, ein bisschen. Boah, widerlich. Wirklich, richtig widerlich. Hm, Probleme. Wenn du sowas wünschst, teile mir das bitte nicht während der Aufnahme mit. Ah, muss ich den Mail an dich schreib, ne, Blaser erstmal. Ja, der Leitner, ne, vielleicht nicht unbedingt. Aber... Äh, CDK? Au. Boah, er ist aber leidig. Mhm. Aber danach meil mich echt mal da dran da, das Gebäude zu bauen, ne. So, ich bin 100, 100. So, 100. Schnelli. Erforschi. Okay, jetzt hat sie es mir jetzt doch rausgerutscht. Synthetisches Energieveröhnung. Okay, das können wir noch nicht machen. So. Okay, next up. Crystal Oscillator. Wo bräuchten wir den? Dann müssen wir alles hin. Das wäre jetzt... ...debräuchte Debris in eine Widespread. Fix-It does not condone the use of such violent methods. So, make sure there are no witnesses. Dann brauchen diese... ...molaren Frames. Haben wir davon schon welche? Bin ich grad dabei zu machen. Okay. Das wäre super, weil da bräuch ich auch welche... ...fuchzig. Okay. Äh... Wie viel oder? Ja, 50. Dann dachte ich mir... Ich würd da mal das Ding basteln an den Blade Runner, dann würde ich gucken, dass ich dann runterkomme Richtung... Ja, aber... ...für die Festplatten machen, weil da kann ich in Ruhe die... ...produzieren die Sachen. Äh... Ja, ne. Ich kann ja noch anfragen, forschen. Aber dann... ...machst du das mal ruhig, dann hast du da Zeit und dann... ...probe ich gleich mal. Ja. Das war dann jetzt erst bei der Linespatrienz wir machen. Oha, Alter. Wir kriegen... ...puh... ...einiges an Energiefragmen zusammen, ne? Ja. Alex, hast du deine Schnecken noch, oder hast du die abgelegt? Die sind in den Kisten drin. Okay, dann hab ich alles aufgenommen. Das ist gut. Ja. Da können wir jetzt richtig hier was zusammen... Ja, jetzt kommen wir richtig... ...ein Einschmelzwerk... Ich mein, gut, die brauchen's eh nicht. Ich hätt's dann eher für die Produktion hergenommen. So. Na komm. Das will ich noch für dich machen. Die Schnecken verwurste ich auch mal alle gleich. Also. Puh. Ja, da geht das. Ja, da geht das. Ja. 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 Da müssen wir nur aufpassen, was wir genug Energie haben. Radar Tower? Was? Radar Tower? Ja. Ja, da geht's jetzt, da drin. Ja, das bin ich jetzt. Das ist ein Radar Tower? Ja, da drin. Ja, da drin. Ich weiß, da drin. Ja, da drin. Ich weiß. Ja, da drin. Ja, das ist ein Radar Tower? ich glaube die wenn überhaupt kann das verkaufen kann ich möchte ich quatschristall damit ich will brauchst du ich bräuchte 36 wo ich muss das film von kraft was ich bräuchte 150 doch das müsste ich haben das habe ich noch was war das andere da hat er für die blätter bräuchte ich was sind die belgern das sind blaues dinger oder die was da mal in den baum grad was die frames und die was ist das genau was ist das für teile ach so du kriegst du wenn du den ruck quarts machst ne 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 ich meine was sind die teile die kraft steht doch diese blätter aber ist das was für blade runner so heißt das ding da was ist das für ein gerett dass wir da forschen teil quarts oszillator meinst du das ist nee das recht sagt für die sind eher für den silica vorstehen was rechts wird jetzt die screenshot im baum nicht die krisste teile hallo ja so funktion haben wir doch diese laufschuhe da ach so den exoskelett das sind laufschuhe okay auch das war meine frage ja das heißt nicht exportiert im englischen deswegen ja weil wir ein bisschen den arsch auf haben ja das weiß ich was zum heißen das brauchen wir auch das jetzt mal schnell milestone reached the minor mark 2 allows extraction of resources from nature to fix it at twice the speed of the mark one model minors can be directly upgraded to mark two without moving the mark one model just like conveyor belts another upgradeable infrastructure unfortunately setting up the production of advanced steel parts and project part number three okay das ist gut 100 habe ich noch mit metal dann haben wir alles also ton haben wir, Stahl habe ich 2000 draht haben wir auch noch ok einer der kisten müssten noch noch sein eigentlich ja ah ja 1 2 3 4 aber wir müssen eh neun minuten warten bis er zurückkommt ja ja das passt schon ich brauche Stahlplatten und Bedrohung weil dann haben wir erstmal die sachen die wir unbedingt wollten ja wie gesagt empfehlen würde ich noch das fahrzeug ja aber das müssen wir nicht mit hochdruck jetzt kaufen oder so warst du nö die teile müssten wir da haben glaube ich fürs fahrzeug ja aber ich jetzt in den nächsten prower haben wir auch alles da und er hat nicht die ladefläche soll ich den bauen ja oder nein wie kann ich jetzt hier fassen blade runners unlocked equipped to run faster jump with greater force and decrease fall damage that might otherwise have lowered your balance value to fix it immer erst alles erforschen weil das dort nur drei sekunden die anderen sachen also dann machen wir noch mehr sicher dafür dann machen wir nicht den nächsten prower wenn das ok ist dann mache ich lieber uns alle jetzt ein paar exesplatte ja das ist glaube ich ganz clever an ja quasi super schon dann